Die Flügel ist flügelnd. Wir müssen das Wasser ausziehen. Wir müssen die Välze und die Flügel zu erhöhen, um das Wasserlevel zu reduzieren. Willst du mir helfen, Freunde? Ja, sicher. Dann geht's um die Pläne, wenn wir schon da sein. Schaut aber cool aus hier. Sind wir jetzt ein bisschen an Resident Evil 2? Da waren wir auch in der Kanalisation unterwegs. Dann kick ich jetzt runter. Warte, scheiße. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Naja, wir haben einen Zombie reingehauen. Ja, jetzt gut, ich hab ihn noch gekreischt. Wir haben gerade gesehen. Oh, p***! WTF? Jetzt bin ich gestorben. Weil du ins Wasser bist. Ah, deswegen muss ich mich hier hochkleidern. Ja, aber ich bin auf der anderen Seite doch wieder runter. Was habe ich jetzt mit dem falsch gemacht? Was soll der Scheiß? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ah, da war ja das Ventil. Man, bin nicht dumm. Bleib unten, Bernie. Kein Wunder, wenn man mit dir unterwegs ist. Hehehehe. Mir macht es Spaß, Zombies irgendwo drunter zu hauen. Ich weiß nicht wieso, aber es macht einfach Spaß. Oh, 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 oh! Ja, weißt du was wir sagen? Ich bin wieder da. Ah, hier gibt es eine Bank, um zu reparieren. Ja, eine Bank. Eine Bank! Ja, und es sollte geben. Hier drin. Ah! Ah! What the fuck? Ich kicke jetzt runter. Wolltest du fangen? Der ist da. So, komm, steh auf, dann kicke ich dich runter. Ja, aber die Animation, wie sie aufstehen haben sie lustig gemacht. Was denn? Auf, da! So ein Pistole! Ey, warte mal, hier ist was. Ah, Metallschrott und Magnet. Genau, dass er sich fortgeworfen hat. Ein schwerer Schraubenschlüssel, ja geil! Das ist aber lässig. Da nennen wir uns. Hier ist ein Ausweis, Dani. Warte, komm, bleib. Ich habe einen schweren Schraubenschlüssel gefunden. Boah, ist das toll! Oh! 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 Boomer! Also, wenn das kein Boomer ist! Das ist Boomer! Ach du Scheiße! Ja, aber... Aber der ist hübsch! Der ist wie grausiger hier! Ne, der ist hübsch! Ja, aber der ist fett da! Hübsch! Als Maul! Lass wir es doch, wenn ich verliebt bin! Ja, Schockpistole, nice! Ja, und was haben wir hier? Wie viele Teile? Hast du noch Teile? Ich kann sie machen, ich kann sie machen! Hast du sie doppelt, die Mats? Keine Ahnung! Gib her! Wenn du gemacht hast! Doch! Ich kann nur einmal! Ja, aber du kannst mir die Teile geben! Welche Teile brauchst du denn? Ja, zu erstellen! Ja, welche? Also, warte! Äh, vor kurz! Äh, was ist das Schockpistole? Einmal Metallschrott, zweimal Magnet! Okay, dann komm her! Was geben wir das einmal? Metallschrott? Okay, Metallschrott... Wollen wir Metallschrott... Hier einmal, gell? Ja! Und dann? Es bleibt noch eins! Und, äh, zweimal Magneten! Zwei Magneten! Zwei Magneten! Passt! Bitteschön! Bitteschön! Was ist da? Schockpistole! Bitteschön! 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 Ja, schieß gleich wieder vor! Ja, aber die Schock die Ding... Ne. Doch, das ist gleich eine Wirkung wie die Schockwaffe. Ja, aber das schockt nicht immer. Ich gehe auch nicht. Dann macht es ja nicht für sie. Oh, Mann. Ah, ihr liebst Kolp für Abschlag, echt. Wo war der Fette eigentlich? Oh, nein. Ich glaube, es war ja. Oh, Mann. Das ist f***ing schrecklich. Oh, der spuckt. Der spuckt. Ja, aber der macht Schaden. Ah, sehr gut. Das ist wittig. Oh. Oh, nur mit Zombie angelegt. Ja! 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 Nicht schlecht! Du denkst du schon tot? Ja, ich bin gekillt. So, ich habe wieder hier ein Abdingsbumster und ja, auf Beute gehen wir. Sehr schön. So, dann gehen wir weiter. Ah, da ist Sexy, guck mal. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja, da hat ein hübschen Herz, guck mal. Aber die Gänge sind hier auch schön eng. So wie dein Arsch. Warte mal, hier lebt doch keiner. Ich mache es. Oh ne, das ist ein Toter. Den brauchen wir nicht. Sein kleines Hündchen bellt. Mal wieder. Ich habe gedacht, da ist nur einer und dann steigen drei auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, und ein fetter. Oh, jetzt wird es Hardcore hier. Oh, das ist mir zu Hardcore. Hier ist ein Fass. E LongQUKI. Ah, das versteht aber nicht. Du bist NEIL. Ich habe dich gut. Nein, es ist mir nicht. Mann, das ist in và fishes. Oh, wir haben wieder get ransom! Weiß du was hier denn? Nein, die gehen nicht in die Luft. Ich bin mit dem Freien und mit dem Deng! Ich will die drin, Mann! Shit! Sehr schön, sehr schön. Ja, war das gut? Ja, hat zwar unspektakulär ausgesehen, aber wenigstens war es nur Zoll. Ja, für dich sieht es vielleicht unspektakulär, für mich sieht es absolut geil aus. Ich schwinge mein Messer so über den Finger, so drehen, wie die Westernheld da mit den Pistolen. Und dann steche ich sie ab. Sieht schon geil aus eigentlich. Vorher machen wir das auf Y und aktivieren das auch mal. Komm mal hier rein. Oh, das ist die Kini, die zwei Zombies. Oh, das ist ja ein Großer. Ja? Es sind sehr viele Große. Wollen wir durchlaufen? Geh alleine. Ich meine langsam sind sie ja. Ja. Rück ins Karn! Rück ins Karn! Also komm, gib mir ein Karn los, Daddy. Warum lassen wir den, du bist da? Ah, ein Suizid-Dings da. Warte mal, den lock ich jetzt da rüber. Warte, Benni, komm hier hoch. Wow, wow! Ich bin fast tot! Weil jetzt kommt der Suizid-Heini. Machen wir hier zu. Weil der wird jetzt kommen. Und dann nimmt er hoffentlich die zwei Großen hier auch mit. Ah, der ist wieder retour. Der will mir nicht folgen. Hey, der hat mich schon wieder fast tot. Komm, wir runter. Dann gehen wir hier weiter. Hier ist wieder so ein Suizid-Zombie. Was ist denn los mit denen? Depressive Zombies über alle. Ja, Benni! Ja, Benni! Ich versuche hier gerade was zu kombinieren. Ja, ich versuche hier gerade was zu kombinieren. Ja, ich versuche gerade zu überleben. Oh, fuck! Und du willst gerade auf die Plätze gehen. Wenn der jetzt noch explodiert. Ja, ich bin in Sicherheit. So, jetzt explodier du, Benni! Na ja, viel Schaden hat sie nicht gemacht. Geht rein! Wir sind schon Schisser halt. Ja, aber wirklich! Also ja, du bist ja der Größte, du! Hä? Wo sind sie denn? Aber die kannst du ja echt geil rein. Ja. Ah, cool, Ausweis. Hm, anything useful. Schön, dass du mich hast. Lass kein Ungeziefer rein. Na, der hat sich wieder in die Luft gesprengt, wie immer. Hier gibt's nichts außer Müll. Passt jetzt nicht. Und hier gibt's ein Köfferchen. Jawoll. Warte mal, hier ist irgendwas markiert am Boden. Naja, doch nicht. Boah, der Schraubenschlüssel, der haut echt rein. Und hier gibt's nichts. Für was sammeln wir eigentlich die Ausweise? Ja, keine Ahnung. Was klingt jetzt passiert? Ist mal gut, wenn man sie gesammelt hat. Oh, zu viel gefickt. Oh, der Schraubenschlüssel ist ja mal mega geil. Oh, das ist ein SWAT-Zombie. Spezialeinheit. Ja, ich dachte noch, die sind so gut, äh, geschützt und hauen rein. Ah, schön, so. So, von weitem sah es aus wie eine Schrotflinte. Oh ja, ne, Flinte wäre geil. Aber es gibt's. Doch, gibt's. Ich glaube, ich habe es. Ja, glaub doch doch. Ich glaube, wir haben eine Flinte gesehen hier. Mal in einem Video. Ah, so eins. Und Maschinengewehr gibt's auch. Wo gibt's denn Ausweis? Auf dem Tisch. Okay. Hier ist auch noch eine Tür. Marken wir den mal auf. Und hier ist nichts drin. Wow. Außer ein paar nutzlose Fässer. Bleib liegen. Aufstehen lohnt sich nicht. Das ist jetzt zwar ein bisschen langsamer. Aber die haut rein. Ja, kommt weg. Und Ausdauer verliert man da auch viel mit, ja. Und Fässchen. Oh nein, ist das nicht explosiv? Oh, ein aggressiver Zombie. Oh, hast du gesehen? Ja, das war meine. Nee, haben den Kopf eingeschlagen. Ja, das war meine Schlag. Nein. Nichts schon. Was gibt's hier? Ist hier Ende? Ja, hier ist Ende. Gibt's hier vielleicht was? Ein Messingschlagring, ja toll. Ja. Ja. Ab und zu hängt sie. Hängt sie bei dir auch ab und zu? Ja. 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 Ja, das ist ein Programm. Also das Programm, was normalerweise das verursacht, das geht lieber zurück bei ihm. Was? Das war knapp. Das war ein bisschen knapp, ja. Ich hab sie gar nicht gesehen. Ja, jetzt reingehen braucht man gar nicht. Jetzt wieder so ein, ich meine, normaler. Boah, Alter. Das macht uns auch schaden, pass auf. Das ist cool, das lag mit Frie. Ich hab's selber erst jetzt rausbekommen. Achtung, hier sind die ja welche. Ja, ja, ja. Ja. Oh, man sollte vielleicht nicht durchgehen. Durch den heißen Dampf. Das ist ein bisschen gesundheitsgefährdend. Oh, fuck. Ich bin wieder tot. Aber ich bin lange nicht mehr gestorben, gell, Benni? Das ist, glaube ich, ein neuer Rekord. So lange wie ich gelebt hab bis jetzt. Oh, fuck. Jetzt bin ich hier woanders. Oh, shit. Oh, shit. Bernie? Ja. Machen wir dann nachher mal wieder langsam durch. Ja, wandern. Mach Schätz-Pause machen. Ja, kann mir. So, dann gehen wir wieder noch. Dann können wir später noch irgendwie 30 Minuten. Was? Dann können wir nachher noch irgendwie 30 Minuten. Ja, warte jetzt. Also jetzt aufhören, oder was? Okay. Ja. Warte. Ist gut. Mir ist egal, ich hab keinen Stress. Jo, passt. Dann haben wir diese Session hier wieder beendet. Wie lange haben wir denn gespielt überhaupt? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ja. Okay, dann passt das dann wieder ein bisschen Material für YouTube und für die Zuschauer. Und beim nächsten Mal geht's dann wieder weiter. Ja, sind drei Fahrt. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß mit Dead Island. Und mal schauen, ob wir das nächste Mal wieder zu dritt unterwegs sind. Und ja, bis dann.